Seit Carola-Zeiten wird viel von einem Machtwechsel auf der Erde gesprochen. Und die Theorien, wer denn diese Macht dann übernehmen würde, die Whiteheads, die Blackheads, was weiß ich auch alles, schießen ins Kraut. Aber vielleicht geht es um einen völlig anderen Machtwechsel. Ich freue mich, den Raik Garwe hier im Studio zu haben, mit dem ich genau über diesen anderen Machtwechsel sprechen will. Und heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Raik, wie ist der Zufall heute? Über ein paar Bahnen bist du zu mir gekommen. In dem Sinne von, ich habe ein Video von dir gesehen und gesagt, boff, Mensch, den musst du unbedingt einladen und stillt sich raus. Wir wohnen in der Nachbarschaft, also ein paar Kilometer auseinander. Raik, du hast ja eine sehr spannende Vita, denn du hast unter anderem Medizin studiert, auch bis zum Schluss und bist sogar erprobierter Arzt. Hast dich dann aber anderen Aufgaben gewidmet, die viel, viel weitreichender sind. Aber du hast in einem Video auf deiner Homepage davon erzählt, dass die Entscheidung, Medizin zu studieren, durch ein Buch gekommen ist. Magst du da ganz kurz in einem Abriss einfach, damit die Zuschauer wissen, wer ist Raik Garwe oder zumindestens. Genügend Aspekte. Wen haben Sie hier vor sich? Also das war 1997 im Sommerurlaub. Da habe ich ein Buch gelesen, das hieß die Methusalem-Formel von Johannes von Butler. Und in diesem Buch wurden Menschen beschrieben, die nachweislich mehrere Jahrhunderte gelebt haben sollen. Und das war für mich wie ein Game Changer, wie so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gedacht habe, wie ist sowas möglich? Und das war für mich so der Startpunkt, mich mit dem Thema Gesundheit, Langlebigkeit zu beschäftigen, weil ich mir damals auch schon gesagt habe, ich will auf jeden Fall 100 werden. Und zwar gesund und vital. Und mir war klar, irgendwas muss man da auch für tun. Es ist nicht einfach nur eine Sache der Gene, sondern es ist tatsächlich auch eine Sache des Lebenswandels. Und dann habe ich angefangen, mich in diesen Themen erstmal so in der Freizeit zu beschäftigen. Und dann war irgendwann die Schule zu Ende und dann war für mich die Frage, was machst du jetzt? Und da dachte ich mir, studierst du doch Medizin? Weil wahrscheinlich werde ich im Medizinstudium all das lernen, was ich wissen muss, um gesund zu bleiben, Krankheiten vorzubeugen und ein glückliches Leben zu haben. Und dann bin ich da mit vollem Elan ins Studium eingetaucht. Musste dann aber im Laufe der Jahre feststellen, dass ich sehr viel über Krankheiten gelernt hatte, aber nichts über Gesundheit. Und ich habe mich dann bis zum Ende, muss ich leider sagen, wirklich durchgequält, weil ich gemerkt habe, ich kriege hier nicht die Antworten, die ich wirklich gesucht habe. Aber ich bin so ein Mensch, ich schließe die Sachen gerne ab. Ich habe es dann abgeschlossen, habe tatsächlich auch wirklich Staatsexamen gemacht, habe die Approbation bekommen, aber habe mich dann gefragt, was will ich jetzt machen? Und ich hatte so viele offene Fragen, die im Studium unbeantwortet blieben. Und dann habe ich quasi noch ein zweites Mal Medizin studiert, aber dann nicht mehr an der Universität, sondern ich habe dann angefangen, mich selber diesen Fragen zu nähern. Also autodidaktisch, ich habe mich in verschiedenen Seminaren selber fortgebildet. Und das Interessante war, zum Ende des Studiums hatte ich die Möglichkeit, an einem Buchprojekt mitzumachen. Und zwar ein Buchprojekt, das für mich, sage ich mal, neben diesem ersten Buch 1997, also die Methuselam-Formel, wirklich ein zweiter Meilenstein war, der mich wirklich nochmal in eine komplett andere Richtung gebracht hat. Und dieses Buchprojekt drehte sich im Kern um das Thema Krebs, beziehungsweise aber nicht nur, wenn es ging auch um Themen wie Atlantis, Biophysik, Mehrdimensionalität des Menschen, also Seele, Geist, Körper. Du hast es mitgebracht. Ich habe es mal mitgebracht. Aber Krebschance oder Finale? Ursache des Ausbruchs der bunten Bilder der Krebs-Aids-Erkrankung und die zurzeit einzig mögliche Therapie. Derzeit einzig mögliche Therapie? Schon ein ziemlicher Anspruch. Ja, also man muss dazu sagen, der verstorbene Autor selber, Lothar Göring, hatte das Buch selber, das Skript ist dazu schon, ich glaube, Anfang der 90er Jahre schon mal veröffentlicht. Er ist 1998 verstorben und es war aber nur eine Kleinstauflage. Und wie der Zufall es so wollte, habe ich zum Ende des Studiums, habe ich die Familie kennengelernt und die hatten halt diese ganzen Rohskripte noch, nur sie hatten keinen medizinischen Hintergrund, um das für sich nochmal neu zu verlegen. Und dann haben wir uns halt angefreundet und ja, dann habe ich mitgeholfen, dieses Buch ein zweites Mal zu verlegen, habe noch einige Kapitel dazugefügt und für mich war das gleichzeitig aber auch, ja, wie eine Weltbilderschütterung, weil das Weltbild und Menschenbild, was ich im Studium gelernt hatte, im Medizinstudium, konnte ich jetzt rückblickend als sehr einseitig, sehr eindimensional, sehr materialistisch betrachten, weil hier geht es dann tatsächlich auch um das Thema Seele. Hier geht es um altes Wissen, was ursprünglich auch aus Atlantis stammt. Hier geht es letztendlich um den heiligen Gral, den Menschen selber und das war im Grunde auch für mich nochmal der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, mir geht es tatsächlich nicht um Therapeuten-Dasein, sondern mir geht es um den Menschen. Also ich bin wirklich ein Mensch, der dem Menschsein auf die Spur immer mehr geht und ich bin ein sehr intuitiver Mensch und ich muss sagen, meine Intuition hat mich bis jetzt, solange ich immer auf sie gehört habe, auch zu den richtigen Menschen, zu den richtigen Quellen geführt und so konnte ich mich dann mit diesem Thema sehr ausführlich beschäftigen. Es gibt noch weitere Bücher von dem Lothar und das hat bei mir so viel verändert, weil ich gemerkt habe, erstens, was wir alles nicht gelernt haben. Wenn du erfährst, dass zum Beispiel das Thema Krebs seit den 1930er Jahren im Prinzip bekannt ist, was da die tieferen Ursachen sind und es auch schon entsprechende Behandlungsformen gibt, genauso wie viele andere Erkrankungen, auch ich sage mal, das Thema Herzinfarkt ist jetzt nicht Thema dieses Buches, aber auch diese Dinge sind seit den 1930er Jahren bekannt und auch behandelbar. Schau dir die Situation heute an. Es gibt immer mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, es gibt immer mehr Tumor-Erkrankungen, es wird uns jedes Jahr versprochen, es würde wieder ein neues Therapeutikum geben, eine neue Impfung, ein neuer Forschungsansatz und wo sind die realen Ergebnisse? Und da habe ich verstanden, um wirklich das, was wir heute erleben, diese Medizin zu verstehen, musst du in die Medizingeschichte eintauchen. Und das habe ich dann auch gemacht, sehr, sehr viele Jahre, um wirklich zu verstehen, wie sich die heutige moderne westliche Schulmedizin entwickelt hat, denn sie ist ja letztendlich auch ein Kind, man könnte fast sagen, der kirchlichen Inquisition. Das, was sozusagen nicht vernichtet wurde, das, was übrig geblieben ist, ist quasi zur akademischen Medizin geworden, mal jetzt ganz vereinfacht gesagt. Und all das Volkswissen, das heilkundliche Wissen, was wir natürlich auch hier in Europa hatten, was durch die Vernichtung der Druiden, der Hexen, der sogenannten Hexen, vernichtet wurde, ist quasi, also das, was Volksmedizin ist, was wir vielleicht noch so ein bisschen in der Manualbehandlung noch haben, so die berühmten Knochenbrecher, also dieser Hanne Tampen, glaube ich, oder wie der hieß, aus Nordfriesland, das war ja auch so einer. Es gibt ja solche Familien, wo dieses traditionelle Wissen noch bewahrt ist, aber das ist ja ein Witz, wenn man überlegt, was es mal beinhaltet hat. Und so haben wir im Grunde ja eine Mönchsmedizin, wenn man so möchte. Und letztendlich kann man sogar einen Schritt weitergehen, zu sagen, wir haben eine Medizin, speziell nach dem Zweiten Weltkrieg, die auch sehr, ja eigentlich ist es eine Militärmedizin, wir haben eine sehr straffe Hierarchie. Und wenn man versteht, wie Medizin heutzutage beeinflusst wird, durch welche, ja, durch welche Gesellschaften, durch welche Gruppierungen und dass natürlich da ein Riesenlobby hintersteht und die im Grunde auch schon seit 1910 etwa die Lehrpläne vorgibt, Stichwort Flexner Report, wo also im Grunde... Flexner? Flexner Report. Okay. Das war ein Pädagoge, der hat im Auftrag der damaligen Stiftungen Rockefeller, Carnegie hat der im Grunde eine Evaluierung der medizinischen Hochschulen gemacht in den USA und hat all den Schulen, die, sag ich mal, pharmazeutische Forschung betrieben haben, also im Sinne der Großindustrie, die haben entsprechende Geldmittel bekommen aus den Stiftungen und die, die Homöopathie und andere Dinge praktiziert haben, die sind leer ausgegangen. Und so kam es quasi zu einem Universitätssterben und zwar eine Negativselektion, sag ich mal, im Nachhinein, mehr als zu dieser pharmazeutischen Ausrichtung. Und das ist im Prinzip, was wir immer noch haben. Die heutige westliche Medizin ist ein Produkt dieses Selektionsprozesses und davon wissen die Ärzte überhaupt nichts, weil sie die Geschichte ihres eigenen Faches gar nicht kennen. Und für mich war das, als ich plötzlich über biophysikalische Zusammenhänge erfuhr, dass der Mensch eben nicht nur eine fleischliche Ansammlung ist, sondern dass er auch ein energetisches Feld um sich hat und dass man auch auf diese Felder einwirken kann, dass es auch so etwas wie eine Seele gibt. Im Nachhinein muss man sogar sagen, wir haben nicht eine Seele, sondern wir sind eine Seele und haben einen Körper. Und all diese Sachen, das hat ja der Lothar Göring im Grunde aus alten Unterlagen, die ja im Grunde von den Templern noch stammen, bekommen, hat diese Dinge ausgewertet über mehrere Jahrzehnte und durfte erst Ende der 80er Jahre damit an die Öffentlichkeit gehen. Und das hat für mich unglaublich viel verändert, weil ich dann gemerkt habe, hier kriege ich die Antworten. Ich konnte tatsächlich, wie er das auch immer in den Büchern so schön schreibt, bis an die Grenzen des Denkbaren gehen. Also mit dem Verstand nachvollziehbar. Und das hat für mich sehr viel in mir selber wieder in Einklang gebracht, dass ich sagen kann, mein Gefühl, was ich immer schon hatte, was sehr stark ist und auch mir immer gesagt hat, irgendwas ist hier nicht so ganz so, wie ich es eigentlich gerne hätte, konnte plötzlich mit diesem Wissen, mit diesem Verständnis über das Menschsein, in einem ganzheitlichen Verständnis, zumal das ja auch ursprünglich Geheimwissen war. Man muss verstehen, dieses Wissen, was der Lothar Göring veröffentlicht hat, ist geheimes Wissen der Templer. Und letztendlich auch der Geheimlogen, der Freimaurerei, also vielleicht auch in den höheren Graden, ist das, dieses Wissen. Und das ist jetzt quasi wieder zugänglich geworden seit Anfang der 90er Jahre. Und die Frage ist, nutzen wir es? Zum Beispiel Zirbeldrüse, das Wissen um die Zirbeldrüse. Zum Beispiel. Man sieht überall die Pinienzapfen. Richtig. Ja, und denkt, ach, ist ja schön, also Ornament und es sind ja schöne Spiralen drin, dass sie aber die Zirbeldrüse sozusagen symbolisieren wollen. Richtig. Und das hat ja auch den Namen Pinia, Glanz, Pinia oder sowas, ne? Ja, Glanz, Pinialis. Pinialis. Genau, Glanz, Pinialis. Pinialis. Ganz genau. Und das findest du überall in den Freimaurerhäusern. Ja. Es geht um höhere Bewusstseinszustände, es geht um die Anbindung, es geht wirklich darum, wer ist der Mensch und was für Möglichkeiten stecken in ihm drin. Und wenn man dieses Wissen dann bekommt und erstmal für sich nachvollziehen kann, er hat sehr viel mit der Pyramide experimentiert, also im Grunde, wenn man versteht, dass der Mensch in seiner Mikrostruktur aus Doppelpyramiden besteht, dann wird es richtig spannend. Dann bekommen natürlich... Meist du so, so, also praktisch gespiegelt? Genau, also zwei Doppelpyramiden, die auf der Spitze stehen. Das ist eine kubische Pyramide, also man hat einen Kubus, einen Würfel und in diesem Würfel befindet sich sozusagen eine Doppelpyramide und die Spitzen berühren sich genau in der Mitte. Und das ist sozusagen die kleinste Einheit, man könnte sagen, der Materie oder des Seins, so wird es da beschrieben. Aus dem baut sich letztendlich alles auf. Die grobstoffliche Materie, aber auch die feinstoffliche Materie. Das heißt, dieser Raum, in dem wir uns hier bewegen, wird dort als kosmisches Geistfeld beschrieben. Eine doppelte Pyramide. Ja. Spannend, weil ich hatte eine Ex-Physikerin, wie sie sich nennen, die Gabi Müller hier, und die hat ein Buch über Viva Vortex, also sie sagt, die Spirale, also die Treide der Torus ist das materielle, sag ich mal, die materielle Baustein, Baustein in Anführungsstrichen, also Form. Der Torus ist damit enthalten. Man muss sich das dynamisch vorstellen. Man kann es sich statisch vorstellen, dann sind es wie zwei Pyramidenblöcke auf, die aufeinander stehen auf der Spitze, aber eigentlich ist es eine, es bewegt sich dort etwas. Er spricht in den Unterlagen, wird von Urplasma gesprochen. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Wir können auch sagen, der Äther, die Quintessenz, das fünfte Element, das befindet sich in Bewegungs-, oder in gesetzmäßigen Bewegungsabläufen, innerhalb eines kubischen statischen Gitternetzes. Und da entstehen automatisch dann aufgrund dieser Kräfte, die dort wirken, entstehen diese Pyramidenformen. Und natürlich, wenn man es dynamisch betrachtet, ist es ein Torus. Wir haben alles, wir haben ein Torus, wir haben eine Spirale, wir haben diese Pyramidenformen und das bildet sich im Grunde automatisch heraus. Und das ist im Grunde das, woraus alles besteht, in diesem stofflichen Gebilde namens Universum. Und du hast es vorhin in einem Nebensatz erwähnt, der heilige Gral, das ist der Mensch. Nichts Dingliches, da draußen, wo man nach graben könnte oder sonst irgendwas, das sind wir selbst. Das sind wir selbst. Wir sind ein offenes Buch, wenn wir wissen zu lesen, wenn wir uns selber verstehen, wenn wir uns selber erkennen. Und im Grunde geht es jetzt auch um dieses Thema Selbsterkenntnis. Wir haben im Grunde, wenn man das mal so betrachtet, in einer sehr langen Zeit der Unwissenheit uns befunden. Wir sind jetzt gerade quasi aus dem okkulten Zeitalter raus, dem Zeitalter der Lüge, der Täuschung, der Verführung. Und das nochmal richtig Gas gibt. Ja, das gibt Vollgas, aber das ist ja immer so kurz vor der Dämmerung oder kurz vor dem Sonnenaufgang ist es nochmal besonders heftig. Und es geht letztendlich darum, uns wach zu machen. Wir sind alle noch mehr oder weniger im Tiefschlaf. Und wach machen heißt, sich wieder unserer wahren Größe bewusst zu werden, wer wir wirklich sind und natürlich, welche Verantwortung wir haben. Also es geht also ganz klar um Selbsterkenntnis, aber auch um Selbstermächtigung. Und da, ich glaube, das ist sozusagen auch der springende Punkt, warum so viele so machen. Ja, also dieses Kindliche, worauf auf diesem Kavier wird ja wunderbar gerade gespielt mit Vater Staat und Mutter Merkel oder Alma Mater, die Wissenschaft. Ja. Ja, die Wissenschaft hat die Kirche ersetzt. Ja, aber es ist nichts anderes als Religion. Glaube. Das mit Strafe und so weiter. Wobei Buße, ja, das wissen die wenigsten, dort steht im griechischen Metanoia und Metanoia heißt Umkehr, Sinneswandel. Und das hat einen sehr positiven, also einen sehr guten Aspekt, weil wenn du aus 180 Grad einer Perspektive betrachtest, kommst du zu ganz anderen Schlüssen. Und bei uns hat Buße natürlich nur Rache oder solche Sachen. Das meinte ich aber. Genau. Und auf diesem Klavier steht ja gespielt und die Menschen reagieren wie Kinder. Wenn ich jetzt, ich bin mit dem Bus hierher gekommen und die Leute haben da die Maske auf und aus Angst vor Strafe. Nur aus Angst vor Strafe. Aus Angst vor Strafe. Nichts mehr. Ja, es gibt natürlich auch, wenn ich beim Bäcker war und dann, als ich da ohne Maske rauskomme, stand einer mit seiner FNVP-Beton. Und ich sage, was ist das für ein Blick? Geh weg hier. Na, also so, so. Heilig sprich. Also Angst, Angst, Angst. Und Angst hat das Kind. Richtig. Ja. Das traumatisierte Kind. Das traumatisierte Kind. Ja. Das bestrafte Kind. Genau. Ja. Das konditionierte Kind. Wenn du brav bist, dann bekommst du ein Leckerli. So wie beim Hund. Ja. Und wenn du nicht brav bist, dann gibt es das Steckerli. Ja. Ja. Das ist ja genau das, was wir gerade erleben. Ja. Also die Gesellschaft ist ja im Prinzip, gerade hier auch in Deutschland, seit Jahrzehnten konditioniert worden, umerzogen worden. Ja. Wir haben Kriege hinter uns. Ja. Wir haben das Thema der generationsübergreifenden Traumata. Das können wir alles sehen, die Auswirkungen immer noch. Ja. Und nur weil die Menschen traumatisiert sind, ist überhaupt so etwas möglich. Ja. Weil die Traumata, die entscheidend sind letztendlich, auf die man immer wieder antriggern kann momentan, sind ja schon gesetzt worden. Das heißt, was wir momentan erleben, ist eigentlich ein Spiel mit den Urängsten. Ja. Ja. Die Angst zu sterben, das ist eine Urangst. Und damit wird gespielt. Und die Frage ist immer nur, was stirbt dann? Und da sind wir wieder beim Thema, wer sind wir? Also klar, wenn wir uns, und das ist ja auch Teil der Manipulation, man hat uns im Grunde so weit in die Materie hinabgedrückt, oder wir uns selber, oder wir haben etwas vergessen, sagen wir es mal anders, dass wir uns mit der Materie, mit der Grobstofflichkeit identifizieren. Dass wir uns selber als Körper sehen, dass wir davon ausgeben, wir haben im Grunde ja eine Art Materialismus, dass wir sagen, wir selber haben uns aus dem Nichts per Zufall entwickelt, einfach so, durch lange, lange evolutionäre Zeiträume. Und die Materie hat sich selbst organisiert, wie auch immer das möglich sein soll, aber man sagt das ja so. Und man lebt vielleicht nur einmal. Und das ist schon das Gefängnis. Und damit kann man im Grunde schon den Leuten sehr viel Angst machen. Und, dass das Bewusstsein durch das Gehirn erzeugt wird. Richtig, das ist genau. Selbstorganisation der Materie, Bewusstsein entsteht durch Gehirn. Genau, entsteht durch Gehirn. Und das ist, sag ich mal... Das ist sozusagen, was uns vermittelt wird in der Schule, an der Universität, also auch im Medizinstudium habe ich ja, ich habe dreimal den Sezierkurs mitgemacht, also Leichenseziert. Deswegen diesen Leichenkult, die Medizin basiert eigentlich auch auf einem Leichenkult, wenn man das mal nüchtern betrachtet. Und nicht auf dem Lebendigen. Das habe ich erst später durch die Osteopathie kennengelernt, dass man auch Anatomie am Lebenden machen kann und nicht nur an der Leiche, am Toten. Und das war für mich erstaunlich, weil eine Leiche, da kann man Struktur erkennen, aber eine Leiche, da tut nichts mehr weh. Da kann man also nicht funktionelle Zusammenhänge erkennen, das kannst du nur am Lebenden erkennen. Und das sind so wichtige Unterschiede, die man einfach berücksichtigen sollte. Und wenn wir schauen, dass wir jetzt diese traumatisierte Gesellschaft haben und dass jetzt auf diesen Traumata im Grunde jetzt, wie du schön sagst, das Klavier gespielt wird, dann können wir jetzt wieder natürlich im Spiel weitermachen. Wir hoffen, dass irgendwann gesagt wird, April, April oder es ist vorbei, alles ist gut. Das hoffen ja die meisten. Oder aber, das ist aus meiner Sicht, oder es kommt ein Retter, oder der Retter ist schon da, nur der schläft noch, weil der Retter ist in uns drin. Und wir ermächtigen uns selbst, indem wir uns Wissen aneignen, indem wir uns wirklich, also erstmal der Kopf, man muss vielleicht so sagen, wer hat denn Angst? Angst hat der Kopf, Angst hat das Ego, Angst hat der Verstand, das konditionierte Weltbild. Und das gilt es zu erweitern, weil wir sind momentan an einem Punkt angelangt, wo dieses Weltbild an seine Grenzen stößt und das macht Angst. Man könnte sagen, die Enge zeigt sich in der Angst. An Gustia, Anina Prectoris, also da hast du ja Angst und Enge, das ist das Gleiche. Und diese Enge, diese Mauer, auf die wir stoßen, die müssen wir verschieben, die müssen wir transformieren, beziehungsweise wir müssen den Denkrahmen, in dem wir uns bewegen, erweitern. Und das hat bei mir, als ich angefangen habe, mich mit den Schriften vom Lothar zu beschäftigen, das hat meinen Rahmen extrem erweitert, weil er geht wirklich bis zum Anfang. Also das ist nochmal ganz wichtig, dass es um Erweiterung geht. Richtig. Ja, und wer sozusagen das, was auf der grobstofflichen Ebene beschrieben wird, durchaus seine Berechtigung hat, nur die Ursachen dessen. Also da werden Phänomene beschrieben, die dann einfach schlicht als Ursache, ja. Also wenn, was weiß ich, bei der Scharlach vermehrt Streptokokken auftreten, wird gesagt, die Streptokokken hätten sozusagen das hervorgerufen. Ja, wie bei der Feuerwehr und dem Brand, ne. Es brennt ein Feuer, Feuerwehr fährt hin und ein Außenstehner sieht immer nur das Feuerwehrauto und den Brand und assoziiert, okay, das Feuerwehrauto ist die Ursache für den Brand. Genau, ein schönes Bild. Ein schönes Bild, ja. Also dass wir praktisch den Horizont erweitern. Es geht nur um Erweiterung. Um Erweitern. Weil das Leben ist ja Erweiterung. Leben will wachsen. Leben ist Vielfalt, Leben ist Fülle und Leben ist ständiges Wachstum und sich erweitern, sich entwickeln. Entwickeln, abwickeln, etwas zum Ausdruck bringen. Können wir in der Natur sehen, können wir an uns selber sehen, an den Kindern sehen, wenn sie wachsen, sie entfalten sich. Die Potenziale, die da sind, die kommen langsam zum Vorschein. Und unsere Aufgabe ist es ja im Prinzip, da nicht dazwischen zu funken und irgendwelchen Mist zu machen oder unsere Traumata darauf zu projizieren. Und letztendlich kann jeder eigentlich das nur bei sich selber machen. Also das Problem ist, wenn wir, ich sag mal so, wir haben jetzt wirklich einen Selektionsprozess. Gemäß des eigenen Bewusstseins und gemäß des eigenen Weltbildes. Und Corona oder überhaupt das, was wir jetzt erleben, ist ja nur ein Auslöser, ein Katalysator, um einen Selektionsprozess schneller voranzutreiben. Und die Frage ist, auf welche... Also Selektion hört sich immer, da hat man bestimmte Assoziationen. Ja, ich weiß, aber letztendlich... Eugenik und solche Sachen. Spielt hier sicherlich auch eine Rolle. Stichwort der Impfungen und so weiter. Aber gehen wir mal einfach mal vom Bewusstsein aus, dass sich jetzt hier ein Bewusstseinswandel vollzieht. Und die Frage ist, wie vollzieht sich's denn? Wir müssen verstehen, Wissen ist eine Hohlpflicht und keine Bringschuld. Wissen über das Leben, über sich selbst, muss sich jeder Mensch aneignen. Die meisten sind immer noch so konditioniert, das muss mir irgendeiner sagen. Der muss sich da hinstellen als Lehrer und muss mir das erzählen. Und dann glaube ich's oder glaube ich's nicht. Obwohl du selbst deinen Kanal der Gesundheitslehrer hast. Es darf auch Vermittler geben. Ganz genau. Ich biete's ja nur an und mir muss keiner was glauben. Letztendlich gibt es ja nur einen Glauben. Das ist auch interessant. Das habe ich erst vor kurzem auch gelernt. Das Wort Glaube heißt im russischen Vera. Und das stammt wieder von einem anderen Wort oder von anderen Wörtern. Und wenn man das übersetzt, das heißt nur das Wissen oder die Erkenntnis von Ra, dem ursprünglichen spirituellen Licht. Das bedeutet, es gibt nur einen einzigen Glauben, der sich aber in einem unglaublich breiten Spektrum den Menschen darlegt. Und es gibt Menschen, die haben einen umfassenderen Glauben. Manche haben nur einen sehr fanatischen, engstirnigen Glauben. Und ein Glaube, aber viele Religionen, viele Wege, den Menschen entsprechend da abzuholen. Und du hattest das vorhin ja auch schon gesagt. Die moderne westliche Wissenschaft hat im Prinzip die Religion im Westen abgelöst. Weil heute geht's ja nur noch um Glaube. Wenn man Diskussionen verfolgt, es wird ja nicht wissenschaftlich argumentiert. Wenn wir uns die Medizin angucken, da werden mit Begriffen wie gut und bösartig argumentiert. Ja, allein das ist schon... Das ist nicht wissenschaftlich. Absolut. Oder Angriff und Verteidigung, ja, Killerzellen. Was sind das für Zellen? Ja, Wissenschaft sollte eher neutral das einfach Prozesse beschreiben. Zu sagen, da haben sich jetzt Zellen vermehrt, da haben sich jetzt Zellen geteilt oder sind weniger geworden. Aber zu sagen, das ist bösartig, das ist invasiv, da sieht man im Grunde auch die Wurzeln der Medizin. Also es ist tatsächlich eine religiöse Komponente. Und das ist das Spannende, was ich sagte, im Grunde ein Überbleibsel der kirchlichen Inquisition. Das, was sozusagen als Negativauslese übrig geblieben ist, hat sich dann im Grunde zum modernen akademischen westlichen Lehrschulmedizin gewandelt. Zum Thema Glaube im Altgriechischen und ist Pistoien, ja, also Pistis, der Glaube oder Pistoien, Glauben, heißt aber gleichzeitig auch Vertrauen. Und ich habe für mich, auch im Hebräischen, im Unah, ich habe es immer mit Vertrauen übersetzt, weil das für mich wesentlich tiefer geht. Weil wenn ich sage, ich vertraue darauf, dass mein Körper um ein Faktor X intelligenter ist als mein Verstand, und also das, was diesen Körper zusammenhält und am Leben hält, dann vertraue ich darauf und nicht, weil das, ich glaube, irgendetwas, was ein anderer gesagt hat. Ja, und dann, ja, auch Gott hat nur Kinder und keine Enkel, ja, weil entweder du nimmst das für dich und lebst das oder machst dich auf den Weg, das zu leben, oder es ist einfach nur so ein, ja, auf einer Party, was man gerade so sagt, ja, ich bin auch wieder ganz spirituell jetzt oder wie auch immer. Ja, also so viel zum Glauben und Vertrauen. Also Vertrauen ist nochmal eine Etage tiefer. Also es nimmt mich mit hinein als Wesen. Und zwar Selbstvertrauen. Genauso wie Selbstermächtigung, Selbsterkenntnis. Es geht nicht um das Ego, es geht nicht um den Verstand, es geht um das wahre Wesen, das diesen Körper belebt, das diesen Körper bewohnt. Und das gilt es aus meiner Sicht jetzt in dieser Zeitqualität für sich, jeder bei sich wieder zu entdecken. Dieses Vertrauen in sich selbst wieder zu gewinnen. Auch zu verstehen, wir leben in einem Kosmos, griechisch Ordnung. Das bedeutet, es gibt Gesetze, nach denen dieser Kosmos funktioniert. Und ich sage immer, dem Kosmos ist es auf gut Deutsch scheißegal, ob du die Gesetze kennst. Aber es kann dir nicht egal sein, denn dein Leben hängt davon ab. Und wenn du diese Gesetze kennst und danach lebst, dann bist du sozusagen an deinem richtigen Platz. Und im Grunde, was hilft gegen Ängste? Gegen Ängste hilft in erster Linie Wissen und selbstgemachte Erfahrungen, die dir dann wiederum Gewissheit geben über bestimmte Dinge, auf die du dann wieder trauen kannst. Was soll man mit Leuten hitzige Debatten führen, wenn man bestimmte Erfahrungen gemacht hat, feinstoffliche Erfahrungen, außerkörperliche Erfahrungen, dann hat man diese Gewissheit und weiß, es gibt noch eine andere... Und das kann einem niemand anders nehmen. Richtig, darum geht es. Und ich finde, also das ist auch Teil meiner Arbeit, ich versuche nicht dieses, was wir überall ja haben, dieses Spalte- und Hetze-Geneinander-Prinzip, dieses Teile und Herrsche, sondern ich versuche, die gemeinsame Basis zu finden, wo wir im Grunde alle diese Dinge wieder zusammenführen können. Das, was sozusagen wie ein riesen Scherbenhaufen vor uns liegt, ein Puzzleteil, versuche ich immer mehr für mich zusammenzutragen, zu einem großen Gesamtbild, wo alles seinen Platz hat. Wo man nicht sagen kann, das ist besser oder schlechter, sondern es hat seinen Platz, seine Berechtigung. Zum Beispiel in dieser Zeitqualität war es wichtig, zum Beispiel vielleicht jetzt unsere wirkliche spirituelle Anbindung zu vergessen, war offensichtlich notwendig, damit wir über einen bestimmten längeren Zeitraum eine Erfahrung machen konnten. Und wenn wir uns mal das vielleicht sogar im ganz großen Bild anschauen, das ist, was ich aus der Recherche und meiner Arbeit im Laufe der Jahre auch für mich herausgefunden habe, es läuft hier tatsächlich auf dieser Erde, man könnte sagen, ein spirituell-genetisches Großexperiment über sehr große Zeiträume. Und wir alle sind Teil davon. Das heißt, du würdest, also fühle ich mich hier sehr verstanden oder glaube mich verstanden, sowie in dem Sinne, dass das, was wir die dunklen Kräfte nennen, die jetzt also nochmal richtig aufdrehen, die in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden dieses Kali-Yuga, wie man es immer nennt, der ist dunklen Zeitalter, das fehlerführend war, dass auch sie aus einer übergeordneten Sicht genau so als Schauspieler oder auf der Bühne gebraucht wurden und jetzt sozusagen zum Finale ansetzen, in der eigenen Motivation irgendwie die Macht zu behalten. Aber es wird genutzt, um immer mehr Menschen aufzuwenden. In den alten vedischen Schriften wird gesagt, dass die Dämonen die treuesten Diener des Allmächtigen sind. Sie dienen dem Großen Ganzen. Sie helfen uns. Wir sind hier quasi in so einer Art Götterschule, könnte man sagen, Babygötter. Und wir lernen hier die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Wahrheit und Lüge. Und dafür brauchen wir natürlich auch ein Angebot der Lüge. Totagonisten der Lüge. Eine Illusion, eine Scheinwelt. Und wir müssen lernen, weil wir müssen ja letztendlich den freien Willen auch immer bewahren. Wir müssen lernen, selbstständig, eigenständig diese Unterscheidung zu erfahren und zu erkennen. Und in den Schriften, die der Lothar auch bekommen hat, wird ganz klar gesagt, im Grunde dient alles, was hier läuft. Dieses riesige, große Schöpfungsspiel, das wird dort als Alpha-Omega-Projekt beschrieben, dient dazu, dass wir lernen, bewusste Schöpfer zu werden. Mit dieser Schöpferkraft bewusst umzugehen. Und wir müssen auch die negativen Auswirkungen an uns selbst erfahren, wenn wir das nicht beachten. Es sind nur Gesetzmäßigkeiten. Also man könnte sagen, der Allschöpfer oder das allmächtige Wesen, was dieses ganze Gebilde erschaffen hat, dieses Spiel, hat uns alles schon bereits gegeben und hat uns auch den freien Willen gegeben, dass wir alles ausprobieren dürfen im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Und innerhalb dieses Rahmens können wir uns austoben. Und da gibt es halt welche, die verkleiden sich als irgendwelche Kuttenträger vielleicht oder irgendwelche Dunkelwesenheiten. Aber auch die dienen letztendlich dem Großen und Ganzen. Und das ist natürlich, wenn man den klassischen Corona-Tunnelblick oder den bösen Teufel oder so, also nur das Ganze so betrachtet, wird es schwierig, das zu erkennen. Dass es tatsächlich einen übergeordneten Sinn gibt in einem Kosmos. Und dieser Sinn dazu dient, uns zu helfen, bewusste Schöpfer zu werden. Und das ist für viele erstmal so, das ist sozusagen das eigene Weltbild. Und diese Erkenntnisse, die liegen noch ein bisschen weit auseinander. Da muss noch die Lücke geschlossen werden. Aber es ist, wie gesagt, eine Hohlpflicht. Man muss sich selbst in diese Dinge einweihen. Und es gibt aus meiner Sicht kein Geheimwissen. Wir weinen uns selbst in diese Dinge ein, wenn wir uns ernsthaft mit diesen Dingen beschäftigen. Wobei, also du hast hier noch ein Buch mitgebracht von dem Lourdes Göring. Das Vermächtnis von Atlantis, das Erbe der Hegoniter. Ich halte es nochmal in die Kamera. Ist das, wenn du sagst, Erbe von Atlantis, ist diese Erkenntnis, dass dieses Spiel jetzt dran ist? Weil Atlantis müsste ja sozusagen vor diesem Kali-Yuga gewesen sein, schätze ich mal. Also man muss vielleicht so sagen, das Atlantis-Thema ist sehr inhomogen. Also es gibt ja von bis, man kann es geografisch betrachten, man kann es als Kulturepoche betrachten, man kann es als eine bestimmte Weltsicht betrachten. Und wir sehen aber letztendlich die Auswirkungen davon, das Überbleibsel, was wir heute haben. Unsere heutige Gesellschaftsform ist eigentlich die Folge, das Vermächtnis von Atlantis. Und es gab damals schon rivalisierende Gruppierungen, die sich dann im Grunde zurückgezogen haben und über ihre Mittelsmänner und ihre Logen und ihre Geheimbünde immer noch Einfluss nehmen auf die heutige Weltpolitik. Aber letztendlich dienen sie ja auch nur einer größeren Agenda, wo sie sich vielleicht nicht ganz bewusst sind. Es ist ja immer eine Frage, bin ich mir... Diese Frage habe ich immer wieder. Merken die das nicht, dass sie sozusagen das Gegenteil von dem erreichen, was sie erreichen wollen? Man sagt ja nicht umsonst Betriebsblindheit. Und wenn man sich mal so anschaut, so eine Machtpyramide, die sind ja so aufgebaut. Im Englischen sagt man need to know. Need to know, genau. Jeder bekriegt nur das, was er wissen muss, um im Rahmen des Systems zu funktionieren, wie ein kleines Rädchen. Und er glaubt vielleicht auch schon, da kann man wieder das Ego ein bisschen kitzeln, dass er schon alles weiß. Das wird ihm dann so gesugggeriert. Du hast ja, du stehst ja über den, aber es wird ja nicht gesagt, dass über dir auch noch drei stehen. Ja, ja, ja. Und so im Grunde geht jeder nach seinem Gutdüngen an die Sache ran und ist überzeugt von der Sache, aber ist auch nur Teil einer höheren Agenda. Und das meine ich halt, man muss auch sein eigenes Weltbild hinterfragen oder auch das Fach, das man selber mal gelernt hat. Weil sonst ist man unwissend, ich will nicht sagen ein Mittäter, aber man beteiligt sich halt vielleicht an einer Agenda, wo man, wenn man später das Ausmaß erkennt, sagt, um Gottes Willen, warum konnte das geschehen? Ja. Und deswegen kann ich jeden nur ermuntern, sich einfach mal auch mit der Geschichte des eigenen Faches zu beschäftigen, sei es der Medizin, sei es der Juristerei, aber generell mit Geschichte. Ja. Weil Geschichte kann für uns, sag ich mal, der Lehrmeister schlechthin sein, fürs eigene Leben auch. Wobei natürlich mir bewusst ist, dass Geschichte immer die Geschichte der Sieger war. Ja, also sprich, derer, die dann gesagt haben, ja, das sollen die nachkommen auf dieser Grundlage. Richtig. Bei den Freimauern ist ja auch, die Bildung steht im Vordergrund, ja, also das halt von der Pike auf den Kindern bestimmte Dinge beigebracht. Wobei, wie gesagt, viele, viele Freimauern, die ich kennengelernt habe, ganz feine Menschen, die um die Selbstvervollkommnung willen, diesen Weg gehen, werden aber aus meiner Sicht halt genutzt von anderen Kräften, wegen der Verschwiegenheit, vor allem wegen der Verschwiegenheit und dass man sich überall in der Welt erkennt. Also, Machtwechsel, im Prinzip ist ganz simpel. Zum Verständnis her, ja. Also, dass wir, das habe ich neulich tatsächlich, ich habe es mal bei Facebook gepostet gehabt, es geht um Selbstermächtigung. Jetzt holen wir uns unsere Macht zurück. Und dann kam gleich ein Aufschrei von jungen Leuten, das ist ja in einer Demokratie, das ist ja, also ganz schlimm. Also, sofort mit der Verballhornung von Anarchie gleichgesetzt. Anarchie heißt einfach nur, keiner herrscht. Es herrscht, es gibt keine Herrschaft, außer die Herrschaft über mich selbst. Und das ist die größte Herausforderung. Ja, aber hallo. Weil wir müssen uns ja auch klar machen, der Mensch hat in sich, ich sag mal, alle Energiequalitäten, die es gibt im Kosmos. Das macht den Menschen auch zu etwas sehr Besonderen. Deswegen wird er auch von vielen Spezies beobachtet, ja. Also deswegen, der Mensch ist was ganz Besonderes. Und wir sind tagtäglich im Spannungsfeld, könnte man sagen, zwischen göttlichen Wesen und dämonischen Wesen. Und jede Seite gibt ihr Bestes. Die einen versuchen uns zu täuschen, zu lügen, zu betrügen und die anderen geben uns Inspiration und halten uns vielleicht noch eine Hand hin, aber gehen müssen wir selber. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit diesem Kräftespiel um? Und aus meiner Sicht ist das Wichtigste, dass wir lernen, die dämonischen Kräfte in uns zu kontrollieren. Wir haben sie in uns. Also dämonische Kräfte, sag ich mal, Gier, Neid, Egoismus, Hass, Zorn, Gewalt, ja, die sind da. Sie zu verleugnen würde bedeuten, wir verleugnen einen Teil von uns, was nicht im Sinne des Ganzen sein kann. Die Kunst ist es aber, diese Kräfte im Zaume zu halten. Sie anzuerkennen, dass sie da sind. Sie anzuerkennen, dass sie da sind, dass sie auch Macht haben können. Aber gleichzeitig auch zu versuchen, immer wieder sich, sag ich mal, diese göttlichen Kräfte in sich zu kultivieren. Also Mitgefühl, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit. Und in den Veden wird es ganz klar gesagt, das kannst du am einfachsten oder auch entwickeln, indem du Verantwortung übernimmst. Und das fängt natürlich erstmal bei dir selber an. Übernehme für dich Selbstverantwortung, dann vielleicht für deine Familie, dann vielleicht für deine Gemeinde und so weiter. Und letztendlich auch für die Gesellschaft. Aber nur in dem Rahmen, wo meine Verantwortung auch endet. Da hat es bei mir lange dran gehabt, dass ich mich viel zu viel für andere oder anderes verantwortlich finde. Also ein Schuh, der gar nicht meiner war. Also räum quasi erstmal im eigenen Haus auf. Und dann rettest du im Grunde schon die Welt. Das ist ja, was immer so gesagt wird. Man denkt ja, man muss im Außen was machen. Das ist ja die Lüge oder sagen wir mal so, was missverstanden wird aus meiner Sicht. Wir wollen einen Wandel, aber der Wandel muss erstmal in uns passieren, in jedem von uns. Ja, und er ist, also er ist ja fulminanter und wirkungsvoller als jeder andere. Aber wir werden immer gelockt nach außen. Das ist sozusagen Teil der Prüfung. Genau. Teil der Prüfung. Das ist ein spirituelles Abhärtetraining, könnte man das sagen. Wir werden jeden Tag gefordert und der Mensch soll ja auch daran wachsen. Und er wird auch daran wachsen. Und wenn man das Ganze auch mal, ich sag mal, inkarnationsübergreifend betrachtet, diesen Prozess. Nicht nur in diesem einen Leben, wo uns gesagt wurde, ihr habt nur ein Leben und danach ist es vorbei. Sondern tatsächlich, die Seele hat mehrere Chancen, mehrere Möglichkeiten, sich immer wieder neu zu entscheiden. Sich immer wieder, ich sag mal, für diesen göttlichen Weg. Es gibt ja, sag ich mal, einen vorgegebenen göttlichen Weg. Und diesen Weg geht man im Grunde, indem man ein tugendhaftes Leben führt. Manche reden auch von der Rüstung Gottes, die wir uns anlegen müssen, damit wir vor diesen dunklen Einflüssen bewahrt sind. Und das sind einfach diese Dinge, was ich sage. Aber nicht in Angst, sondern in Selbstvertrauen. Nein, in Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Es geht um auch Selbstdisziplin, es geht um Mitgefühl, Liebe, es geht um Gerechtigkeit. Also wenn wir, ich sag mal, ein tugendhaftes Leben uns danach ausrichten. Immer mehr diese klassischen Regeln, die man in jeder Religion finden kann. Wenn man sich danach ausrichtet. Die goldene Regel, was du nicht willst, dass ein anderer dir zuführt oder zufügt. Und trotzdem, und diesen Aspekt, der wird leider, wurde in der Vergangenheit, wenn es um die Tugend ging, da wurden ja Kinder geschlagen, sozusagen, oder auch in der katholischen oder überhaupt in der Kirche. Also alles, was mit Sexualität oder eher körperlicher Liebe zu tun hat, wurde verteufelt. Die Triebe und sonst irgendwas, da Hand an sich zu legen, wurden verteufelt, verteufelt, verteufelt. Also dass wir, wenn tugendhaft, immer so verstehen, ja, die anderen Anteile habe ich auch in mir. Sich das bewusst zu machen und sie anzuerkennen. Und nicht dann zu projekten und draufzuschlagen. Genau, es geht ja nicht darum, das jetzt unkontrolliert auszuleben. Darum geht es nicht. Und wenn man es täte, kann man es ja machen, nur dann wird man an seinen eigenen Taten letztendlich gerichtet. Also es gibt auch keinen, der von außen kommt und uns gerichtet, das tun wir selbst. Das wird auch nochmal ganz klar in diesen Unterlagen, kommt das zum Ausdruck. Und wenn man versteht, die Templer, die ja dieses Wissen ursprünglich hatten, die haben mit diesem Wissen unvorstellbaren Reichtum und Einfluss aufgebaut, Machteinfluss. Haben sie den aus Jerusalem? Ja. Danach? Ja. Die sogenannten Bundeslade, diese atlantische Bundeslade, das war im Grunde ein Wissensschatz. Den haben sie geborgen. Die Ursache wird zumindest dort beschrieben, der Kreuzzüge war vor allen Dingen, da nach Jerusalem, also einen Vorwand zu haben, nach Jerusalem zu gehen, um diese Truhen und diese Unterlagen zu bergen und sie dann nach Südfrankreich zu bringen. So wurde es auch gemacht. Und dann im Grunde haben sie diese Unterlagen ausgewertet. Haben dort in der Nähe von der Stadt Nizza, haben sie an einem Berg, dem Mount Shuf, haben sie eine Pyramide errichtet, über einer Grotte. Und in der Grotte haben sie dann im Grunde sich reingesetzt. Und dann wirkten diese Kräfte, die auch dort beschrieben werden innerhalb der Pyramide und konnten sich dann quasi ans kosmische Geistfeld anschließen, wurden dann quasi geschult und konnten dann im Grunde auch erst durch diese Schulung, durch andere Wesen, diese Unterlagen auswerten, lesen, weil das war offensichtlich in einer anderen Schriftart, atlantisch, was auch immer, habe ich jetzt nicht so gesehen, und konnten dann in diesem Wissen arbeiten. Und konnten dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten zur mächtigsten Gruppierung der damaligen Zeit werden. Und diese Gruppierung hat bis heute immer noch Einfluss. Aber auch wahrscheinlich, wie das da beim Herr der Ringe, Frodro noch am Schluss die Macht des Ringes in sich seiner bemächtigen wollte und spannenderweise das Kolum, also sozusagen nochmal das andere Böse, also dazu beiträgt, dass er davor gerettet wird. Sehr, sehr spannend. Sehr symbolhaft, ja. Absolut symbolhaft, dass es wirklich eine unglaubliche Stärke in uns gefordert ist, diesen Versuchungen der Macht über andere. Daumen geht es ja. Weil ich habe mich immer wieder gefragt, oder ich wurde auch gefragt, ja, der Bill Gates oder so, der hat doch genug Geld, was soll der Interesse haben? Und dann sage ich, hey, es gibt Menschen, die offensichtlich in ihrer Kindheit so ein Ohnmachtstraumata erlebt haben, dass sie nur in einer Allmachtsfantasie das ausleben können. Also Macht um der Macht willen. Das Ziel der Macht ist die Macht. Man kann es sogar vielleicht noch anders sagen, so wird es auch beschrieben. Wir haben in uns zwei Aspekte. Wir haben einmal diesen göttlichen Wesenskern, nennen wir es die Seele. Und wir haben den Verstand, das ist sozusagen die Spielwiese der satanischen Kräfte, das Ego. Und was wir heute erleben, diese Gesellschaftsordnung, die wir haben, ist zum größten Teil durch das Ego entstanden. Und auch innerhalb des Egos oder der Ego-Struktur gibt es Machtkämpfe. Deswegen für die, die immer denken, da gibt es eine einheitliche Weltverschwörung, die jetzt gegen die Menschen arbeitet, das ist nicht so. Die sind genauso untereinander zerstritten und werden sich, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen, gegenseitig bekämpfen. Das heißt, ein Ego kann nur von einem größeren Ego unterdrückt werden. Und sobald das irgendwie weg ist, wird sofort das Ego, das kleinere Ego, sofort die Möglichkeit ergreifen, sich durchzusetzen. Das heißt, diese Machtkämpfe finden im Bereich des Egos statt. In dieser satanischen Welt, wenn man so möchte. Und die Kunst ist es auch in uns selber, diese Unterscheidung zu lernen, selbst wegen zwischen Wahrheit und Lüge, dass wir dieses Ego zwar haben und es ist auch nur ein Werkzeug. Und Dieter Bröss hat mal ein schönes Buch geschrieben, das heißt Das Ego im Dienste des Herzens. Das sagt es ja im Grunde. Es geht darum, das Ego als Werkzeug zu benutzen, um in dieser grobstofflichen Welt wirken zu können. Aber die Instanz, aus der die Entscheidungen kommen, Herz oder Seele, die kommen aus dem Wesen. Nach dem Gewissen, nach unserer Intuition sollen wir leben und entscheiden. Und das Ego ist eben die Verführung. Das ist ja auch diesen Kräften ausgesetzt. Und dieses Lockmittel Macht ist natürlich verführerisch. Und das muss man verstehen. Es spricht einen bestimmten Aspekt in jedem von uns an. Und wenn man eben als traumatisiertes Kind ohne Macht, ohnmächtig war, dann möchte man das natürlich nie wieder erleben. Das Ego kann das nicht. Und das Ego hat ja auch Angst vor dem Tod, vor der eigenen Sterblichkeit. Weil es eben nur begrenzt einen Ausschnitt aus dem Großen und Ganzen sehen kann. Und das ist eben das, wenn Menschen Angst vor dem Tod haben oder wenn Menschen programmiert werden oder konditioniert werden, dann geht es hier um diesen Verstand. Oder in den Werken wird das Gedankenspeicher genannt. Gedankenspeicher. Der Gedankenspeicher. Das wird ganz klar auch beschrieben. Der ist auch physisch, der ist also stofflich. Gedanken sind stofflich, wird hier sehr genau beschrieben. Und ich sage, das Problem ist bei uns, weil wir zu viel, er nennt das nicht gegenwartsbezogen, denken. Also wir urteilen, wir verurteilen, füllen wir diesen Gedankenspeicher. Und das ist ein Grund dafür, dass die Menschen physisch altern, dass sie Krankheiten bekommen. Also Konflikte sind ja nichts anderes als sich Sorgen machen. Und dieses sorgenvolle Denken füllt diesen Gedankenspeicher immer stärker. Und daraus entstehen natürlich auch gewisse Regulationsstörungen. Wir nennen das dann irgendwann Tumorwachstum. Wird also auch in dem Krebsbuch sehr gut beschrieben, dieser Zusammenhang. Und umgekehrt, wenn ein Mensch sich die Seele freispricht, darf man das wortwörtlich verstehen. Denn die Seele, die Seelenstruktur, ist quasi zwischen diesen Gedankenspeicherteilchen. Und wenn der Gedankenspeicher leer ist, frei ist, dann leben wir aus unserer Seele, aus unserer Wesenheit heraus. Umgekehrt, wenn der Gedankenspeicher zugemauert ist, dann ist die Seele auch mehr oder weniger eingemauert. Und hier am Ende kann man, vielleicht ist das jetzt nur ein schwarz-weiß Bild, aber da sieht man dieses Modell, was der Lothar dort in der Hand hat. Für die Kamera, das machen wir nachher nochmal separat, darf ich nicht. Das ist sozusagen ein Seelenmodell, also die Seele. Lothar Göring. Lothar Göring. Und dieses Seelenmodell besteht eben aus kubischen Doppelpyramiden, die an den Ecken miteinander verbunden sind, bilden ein räumliches Gitternetz. Und in diesen Hohlräumen befindet sich quasi der Gedankenspeicher. Das heißt, die Seele ist der Informationsgeber für die Anordnung der grobstofflichen Materie. Und wenn diese grobstoffliche Materie oder dieser Gedankenspeicher sich füllt mit unseren physischen Gedanken, dann kann die Seelenschwingung nicht mehr durchkommen. Das heißt, dieser Mensch ist mehr oder weniger, ja, man könnte sagen, zu. Und man spricht dann umsonst auch von verlorenen Seelen, also die, die in diesen Kulten aufgewachsen sind, diese Wesen, diese Menschen, die als Kinder schon schwerst traumatisiert wurden, die sind im Prinzip, was ihr Gedankenspeicher anbelangt, aufgrund der vielen Traumatisierungen zu. Die sind schwerst traumatisiert und damit, ja, ich will es jetzt nicht pauschal sagen, aber es wird schwieriger den Zugang zur eigenen Wesenheit bekommen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite vermute ich, dass sich gerade in solchen Familien eher sehr starke Seelen inkarnieren, um auch von innen heraus das Ganze... Gibt es eine Enzyme, was das lysiert, also auflöst? Zum Beispiel Vergebungsarbeit, zum Beispiel Beichten, sich die Seele freisprechen, sich anderen Menschen anvertrauen. Also diese Gedanken, die man in sich trägt, aussprechen. Das ist wichtig. Das ist schon Teil der Lösung. Deswegen sind Gespräche auch so wichtig. Wenn Menschen Sorgen haben, wenn Menschen Ängste haben, müssen sie darüber sprechen können mit jemandem, sich anvertrauen können. Das löst sehr vieles aus. In dem Wissen, dass der andere einen nicht so verurteilt, wie ich ihn schon verurteilt habe. Einfach nur annehmen. Und wenn da kein anderer ist, dann macht man das vor sich selber. Man kann das ja vor sich und dem Schöpfer machen. Man kann in den Wald gehen. Man kann sich das rausschreien. Man kann es sich... Hauptsache, man lässt es nicht drinnen. Und diese Arbeit an sich selber, sich selbst vergeben, ist ja mitunter das Schwierigste. Absolut. Aber das ist im Grunde... Das habe ich erst, als ich das verstanden habe, dieses Konzept, wie das Zusammenspiel ist zwischen der Seele und diesem Gedankenspeicher, gleich Ego. War mir plötzlich klar, warum eben solche Dinge wie Vergebungsarbeit, Beichten und so weiter so wichtig ist. Und dass es auch funktioniert. Es ist nicht einfach nur, ja, kann man ja glauben oder nicht glauben. Es ist natürlich degeneriert. Richtig. Völlig degeneriert. In einem Schauspiel, aber nicht. Der Dietrich Bonhoeffer hat das damals in seinem Prediger-Seminar hat das eingeführt wieder, die Beichte. Und hat auch sich von den Studenten die Beichte abnehmen lassen. Selber. Also er wusste um diese befreiende Kraft des Aussprechens. Und das kann ich auch immer sagen, in manchen Beratungsgesprächen, da sagen Leute das erste Mal in ihrem Leben etwas, was sie getan haben und sich das nicht verzeihen können. Und dann sitze ich da, wie, deswegen hast du dir solche Sachen, ja, also da hat einer gesagt, ich habe einen Diplom-Kaufmann da draus gemacht, ich bin aber nur Kaufmann. Dann habe ich gesagt, letztendlich hast du nur den Menschen das gegeben, damit sie das, was du kannst, auch wertschätzen. Wertschätzen. Ja. Also wo ist das Problem? Er wertet für ihn, war das ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, aber dadurch, dass das ausgesprochen hat und wir da erst mal, ja, gar kein Problem drin sind oder letztendlich das andere, alles andere. Es ist geschehen. Aber es will... Und darum geht es, dieses Akzeptanz dessen, was ist. Das wird auch immer wieder beschrieben. Sonst bauen wir quasi neues Karma auf, bauen uns sozusagen wieder das, oder buchen uns das nächste Ticket für die nächste Inkarnation, weil wir das ja auch wieder verleben müssen. Ja. Und vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, dieser Gedankenspeicher befindet sich nicht in dem Kopf, sondern der befindet sich überall. Überall. Und so ist auch erklärbar, warum an bestimmten Körperstellen bestimmte Symptome entstehen können, die jetzt nicht durch eine äußere Einwirkung von irgendwelchen Gewalt oder Vergiftung oder Fehlernährung entstanden ist, und dann einfach plötzlich war eine Entzündung da. Einfach so. Ja. Also im Grunde dieses ganze Thema der biologischen Naturgesetzmäßigkeiten, wo durch Konfliktthemen bestimmte Organveränderungen entstehen, Gewebe wird vermehrt oder verringert, kann man damit auch erklären, auf einer eher biophysikalisch-feinstofflichen Ebene, wo auch die Seele und diese starke Kraft, die der Mensch in sich trägt, nämlich diese Gedankenschöpferkraft, die in der Lage ist, eben Materie auch zu erschaffen, auch in uns selber. Und wenn wir uns verdichten, wenn du dir einen älteren Menschen anschaust, der ist unbeweglicher, der ist verdichtet. Ja. Guck dir ein Kind an, das ist noch relativ beweglich. Nicht nur von Bindegewebe, sondern es hat noch nicht so viel, ist noch sehr in der Gegenwart, urteilt noch nicht so viel. Das Ego bildet sich ja erst mit der Sprachentwicklung nach und nach heraus. Kennt noch nicht, also ist noch rein, ist es noch ehrlich, es lügt nicht, aber irgendwann fängt das auch an. Ja. Und dann wird es Teil von dieser Gesellschaft. Und die Frage ist immer, was für eine Gesellschaft wollen wir in Zukunft? Und wir müssen lernen, aus meiner Sicht, aus der Krabbe. Zu den grünen Planeten. Der Film mit grünen Planeten. Da wird es wahrscheinlich auch wieder hingehen. Es ist sehr spannend. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Ja, Bewegungsübungen und sonst was für eine Wirkung auch haben. Und was ich vorhin sagte, Selektionsprozess, für jeden ist ja gesorgt. Also auch Menschen, die jetzt wieder gehen, weil sie diese Angst nicht aushalten und an ihren Ängsten kaputt gehen, auch die, für diese Seelen ist ja genauso gesorgt. Das wird ja auch in den Veden beschrieben. Es gibt verschiedene Planeten, wo die dann im Grunde wieder inkarnieren können. Das Problem ist nur, man muss aufpassen, dass man nicht in die Degeneration gerät, weil es gibt auch höllische Planeten. Das ist offensichtlich nicht so lustig da. Also noch mehr. Also wir können auch, also es ist ein Privileg, erstens ein Mensch zu sein, einen menschlichen Körper zu haben. Ja. Es ist auch ein Privileg, in der jetzigen Zeit hier zu sein. Absolut. Man muss das mal auch für sich selber wertschätzen. Ja. Auch wenn alle meinen, das ist ja nur Krise. Nein, das ist nur der Tunnelblick, durch den du die Krise siehst. Schau das große Ganze. Wir sind in einem wunderbaren Prozess gerade drin. Ja. Ich nenne es einen planetaren Befreiungsprozess. Also. Und ein Machtwechsel. Genau. Der Machtwechsel. Und zwar von der Fremdbestimmung durch andere zur Selbstbestimmung. Und das müssen wir lernen. Und dass wir begreifen, dass das Außen seinen Ursprung immer im Innen hat. Das ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel. Und wir kriegen das, sozusagen per Resonanz, ins Leben, was wir haben. Also wir projizieren und wir kriegen es zurück. Und im Spanischen Creo ist es ausgedrückt. Creo ist sowohl ich glaube, also von Crear, als auch ich erschaffe. Ich erschaffe, von Crear. Creo heißt das, ja, beide Aspekte drin. Und wenn die Leute das wüssten, was sie sich gerade in ihrer Angst kreieren, ja, dieses Nocebo, ich werde schaden. Hammer die, hammer die. Also Machtwechsel von außen nach innen zu jedem Menschen, dass er sich selbst ermächtigt und zu dem Souverän wird, der schon immer war. Oder man könnte sagen, Machtwechsel im Außen, aber erst durch den Machtwechsel im Inneren. Denn das ist die Voraussetzung, damit auch im Außen eine andere Gesellschaft entsteht. Solange wir die Verantwortung immer abgeben und immer erwarten, dass andere, die wir vermeintlich gewählt haben, für uns entscheiden. Und wir sitzen immer nur da und hoffen, Angst, Hoffnungsfalle ist ein beliebtes Manipulationswerkzeug. In der Krebsmedizin wird das ja ständig angewendet, seit vielen Jahren. Solange wir da nicht aussteigen innerlich, indem wir uns einfach mal das gesamte Spiel und die Regeln anschauen und sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit, ich steige innerlich aus. Wenn wir das nicht tun, bleiben wir Teil dieses Spiels. Es ist wie bei dem Therapeuten und dem Patienten. Ich habe das für mich irgendwann auch als ein Spiel betrachtet. Es gibt ein Arzt-Patienten-Rollenspiel. Die Rollen sind klar verteilt. Es gibt den Therapeuten und den vermeintlich unwissenden Patienten, der aber nur geduldig ist und über sich die Dinge erduldet. Therapie und auch Patient. Das heißt ja über das. Der Leidende. Der Leidende beziehungsweise der Geduldige oder der das über sich erdulden lässt. Das kann auch heißen Nebenwirkungen. Stichwort Impfungen. Wir müssen lernen, erst mal zu erkennen, was für eine Situation wir uns hier befinden. Also diese Standortbestimmung halte ich für sehr, sehr wichtig. Sich klar zu machen, wer wir wirklich sind. Da kann uns eben solches wissen, das ursprünglich ja mal Geheimwissen war. Es ist alles da, man muss sich nur damit beschäftigen. Aber das ist eben eine Sache, das ist ein Eigenstudium. Ja. Und nicht jeder ist dazu bereit. Das ist auch okay. Ich will da niemanden verurteilen. Es ist nur, die Möglichkeit ist da. Und ich kann nur darüber sprechen, diese Möglichkeiten nutzt sie. Es verändert. Es hat mich verändert. Es hat meinen Weg enorm bereichert. Und auch den Weg, ich hatte den ja auch nicht so auf dem Plan im Kopf. Da habe ich das Studium gemacht. Und irgendwann hatte ich aber gedacht, eigentlich wolltest du gar nicht Therapeut werden. Aber ich habe das im Laufe des Studiums vergessen, weil du da nur noch mit Prüfungen zu tun hast und du bist so tief drin. Ja. Aber mein Gefühl hat mir immer gesagt, nee, das ist nicht dein Weg. Und erst als ich dann über diese Sachen gestolpert bin und mehr und mehr gesehen habe, es geht eigentlich jetzt vor allen Dingen um das Thema Bildung. Und zwar Bilder, Weltbilder, die wir erweitern müssen. Und das, was wir bisher hatten, ist zu eng gewesen. Wir brauchen ein erweitertes Weltbild. Und das ist auch mal für das Ego eine Beruhigung. Das Ego verschwindet deswegen nicht. Es ist immer noch da drin. Es wird nicht vernichtet. Es ist auch kein Entweder-Oder. Genauso wenig, wie es nicht Entweder-Schulmedizin oder Naturheilkunde heißt, sondern die Schulmedizin ist eine Spezialdisziplin innerhalb der Naturheilkunde, könnte man sagen. So kann man im Grunde diese ganzen Spaltungsgeschichten auflösen, wenn man erst mal das große Gesamtbild kennt. Und das war immer mein Bestreben und das ist nach wie vor, weil aus meiner Sicht hilft das wirklich zur Versöhnung. Ja. Man muss also sozusagen eine Position einnehmen, wo man den größten gemeinsamen Nenner findet. Und den gibt es. Denn wir befinden uns in einem Gebilde namens Universum, namens Kosmos. Und es gibt hier Regeln und diese Regeln, an die müssen wir uns alle halten und darin müssen wir geschult werden. Reik, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Du hast ja noch ein bisschen was mitgebracht, worüber wir in einem weiteren Gespräch sprechen. Ich freue mich drauf. Könnt ihr stundenlang zuhören. Vielen, vielen Dank, Reik Awe. Und Reik hat es gesagt, es ist eine Hohlsache. Also eine Entscheidung von jedem, von Einzelnen von uns, ob wir uns dieses Wissen aneignen, wenigstens dem Wesen nach oder nicht. Oder ob wir weiter schlafen und auf irgendwelche Regierenden hoffen. Ich hoffe, dass ihr Freude an diesem Gespräch hattet und wieder einschaltet bei NeuHorizonteTV und sage Tschüss. Musik 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 Musik